Heute gibt es von mir ein kurzes Update über Vonovia. Ihr wisst, ich bin stark in Vonovia investiert. Daran hat sich auch nichts geändert, aber natürlich ist der Kurs in den letzten Monaten stark zurückgekommen. Deswegen hattet ihr mich ja angesprochen, hier ein Update mal zu machen, was Vonovia angeht. Und Alex, du hattest ja auch geschrieben, hier könntest du nicht mal mehr über Unternehmen sprechen, anstelle von kurzfristigen Prognosen, die so eintreten können, aber auch eben ganz anders eintreten können. Ja, ich habe mir das zu Herzen genommen, um nochmal über Vonovia zu sprechen. Wie immer schaut euch den Risikohinweis an und herzlich willkommen bei Marx & Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen. Der Aktienkurs von Vonovia ist von so 60 vor anderthalb Jahren, dann auf 50 Anfang des Jahres und steht jetzt nur noch bei so 20. Also ein starker Rückgang und gleichzeitig sind die Zinsen für zehnjährige deutsche Staatsanleihen von circa null oder sogar negativ Anfang des Jahres zuerst in so einer Wellenbewegung bis Mitte des Jahres so auf 1,5% und jetzt sogar auf 2,36% gestiegen. Das ist ein Rekord, den wir so seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. Und das hängt natürlich dann auch mit der Performance von Vonovia zusammen. Wenn wir uns die Umsätze von Vonovia ansehen, dann sehen wir häufig mal größere Ausschläge, aber insgesamt eine eher positive Entwicklung. Das Problem bei den Umsätzen ist, dass einzelne Punkte eben nicht besonders einfach kurzfristig schwanken, wie zum Beispiel, wenn Vonovia größere Pakete an Wohnungen verkauft. Von daher glaube ich, ist es sinnvoller, sich auf die Mieteinnahmen zu konzentrieren, die wir hier sehen. Die quartalsmäßigen Mieteinnahmen in Millionen und da sehen wir eben einen eindeutigen Trend, aber auch viel mehr Verlässlichkeit im Vergleich zu den eben gemeldeten Umsätzen, wo eben nicht nur die Umsätze von Verkäufen auch mit reinspielen, sondern zum Beispiel auch teilweise Umsätze durch Nebenkostenunternehmen, die dann, sagen wir mal, die Hausreinigung machen und das den Mietern in Rechnung stellen. Hier habe ich das jetzt mal grob zusammengefasst. Also so im Zeitraum 2012-13 gab es so 260 Millionen pro Quartal an Mieteinnahmen, 15, 16 so 550 Millionen, 17, 18 so 700 Millionen, im Jahr 20 so 770 Millionen und jetzt 1,1 Milliarden pro Quartal. Dagegen jetzt mal die Zinskosten, unten in schwarz dargestellt. Hier sieht man, sie sind natürlich viel, viel geringer als die gesamten Mieteinnahmen. Aber um das nochmal besser zu sehen, hier gab es quartalsmäßige Zinskosten von so 70 Milliarden anfangs, Mitte der Dekade dann so 140 Milliarden, dann etwas gefallen auf 100 Milliarden und ja, es ist dann etwa gleich geblieben, so um die 100 Milliarden. Also die starken Anstiege der Verzinsung und die starken Anstiege der Verschuldung, zumindest in den letzten Quartalen, hat sich noch nicht hier wirklich ausgewirkt auf die höheren Zinskosten bei Vonovia. Zumindest sehen wir das noch nicht in den Daten. Wenn wir jetzt die Mieteinnahmen nehmen und die Zinskosten gegenrechnen, dann bleibt uns ein Betrag übrig, nämlich 190 Millionen, so 2012, 2013, dann 410 Millionen, 600 Millionen, 670 Millionen und jetzt so 1 Milliarde pro Quartal, was übrig bleibt von Mieteinnahmen minus den Zinskosten. Also rein theoretisch, wenn wir das mal auf eine Wohnung umrechnen, wenn eine Wohnung im Quartal so um die 2000 Euro an Mieteinnahmen generiert und dann fallen vielleicht so 600, 500 Euro an Zinskosten an und der Rest bleibt dann erstmal übrig. Aber es gibt natürlich auch viele Kosten. Und hier sehen wir wiederum so ein paar Spikes, so eine gewisse Volatilität in den Kosten. Das ist relativ gleichbleibend, aber manchmal, gerade 2015, dann auch wieder teilweise 16 und 18, gab es mal so einen Höhepunkt und jetzt insbesondere 2021, wo es kurzfristig sehr hoch ging und dann wieder gefallen ist. Im Durchschnitt können wir sagen, diese Kosten waren so 180 Millionen pro Quartal, so 2012, 2013. Es sind dann auf so 400 Millionen gestiegen, dann auf 380 gefallen, dann so auf 420 Millionen gestiegen und jetzt so in den letzten Quartalen so auf 1,2 Milliarden gestiegen. Wir sehen aber hier, wenn wir jetzt nochmal die Netto- und Mieteinnahmen davon vergleichen, dann bleibt letztendlich nicht mehr viel übrig, nämlich nur noch so 10 Millionen pro Quartal in den Anfangsjahren, dann so 220 Millionen 2018, 2019, 250 Millionen dann und mittlerweile praktisch eine negative 200 Millionen. Die Problematik ist, wir sehen diese Ausschläge vor allem so 2015, als GACFA übernommen wurde und jetzt 2021, 2022, als die Deutsche Wohnen übernommen wurde. Und im Anschluss hatten wir auch wieder stark fallende Kosten. Das heißt, wir sollten jetzt nicht unbedingt diese 1,2 Milliarden nehmen, sondern ich gehe persönlich davon aus, dass die Kosten wiederum auf so, ja, sagen wir mal 400, 300 bis 600 Millionen fallen. Bei 400 Millionen pro Quartal hätten wir natürlich ganz andere Werte. Hier sehen wir den Enterprise Value. Enterprise Value ist ja die Marktkapitalisierung, also den Aktienpreis, mal die Anzahl der ausgegebenen Aktien plus die ganze Verschuldung des Unternehmens. Also so viel müsste man zahlen, um Vonovia mit Schulden komplett zu kaufen. Und es ist so treppenartig nach oben gegangen und unterscheidet eben nicht, wie sich die Aktienentwicklung ergeben hat. Die Kursentwicklung ist ja nur ein Bestandteil, nämlich Vonovia hat weiterhin auch Aktien ausgegeben und die Verschuldung hochgefahren. Und deswegen ist der Enterprise Value von Vonovia stark gestiegen. Also die Firma wurde immer teurer. Von so 10 Milliarden, so 2014, 15, dann auf so 25 Milliarden, so im 16, 17, auf 40 Milliarden, auf 55, dann teilweise über 80 Milliarden, Ende 2021, Anfang 2022. Und jetzt durch die negative Entwicklung an den Aktienmärkten, durch die Kursentwicklung der Vonovia-Aktie ist das Ganze jetzt auf 60 Milliarden wieder gefallen, von über 80 Milliarden. Sehen wir das jetzt im Verhältnis zu den Mieten, unten habe ich die Mieten angegeben, diese natürlich mal 4 gerechnet, um auf so eine Jahresmiete etwa zu kommen. Und das dann im Verhältnis gesetzt mit dem Enterprise Value. Dann sehen wir am Anfang hier so 14, 15 waren das so 10,4 Prozent. Und danach ist es gefallen, mittlerweile steht es so bei 7,3 Prozent. Das Erste, was mir auffällt, wenn man sich jetzt eine Wohnung kauft, in Deutschland irgendwo, und praktisch Eigenkapital einbringt, sagen wir mal, man bringt 100.000 Eigenkapital ein, und die Bank gibt einem noch einen Kredit von 200.000, dann ist das eine Wohnung für 300.000. 300.000 für diese Wohnung wäre dann praktisch der Enterprise Value. Und bekommt man diese Wohnung jetzt vermietet für mindestens 15.000 im Jahr, ich glaube, das würde teilweise schwierig werden in Deutschland. Die Mietrenditen in Deutschland, die Cap Rates, die Brutto- oder Nettomietrenditen liegen deutlich niedriger. Das heißt, hier haben wir schon mal ein erstes Beispiel, dass Vonovia, wenn wir uns die Miete im Vergleich zum Enterprise Value ansehen, doch sehr, sehr ordentliche Renditen generiert. Und praktisch der erste Punkt wäre, auch aus dieser Sicht macht es eigentlich keinen Sinn, persönlich eine Wohnung oder ein Haus in Deutschland zu verkaufen, um es dann zu vermieten. Vonovia macht das einfach viel, viel günstiger. Außer natürlich, man findet jetzt irgendwo einen sehr, sehr guten Deal, wo ein Haus oder eine Wohnung wirklich 20, 30 Prozent niedriger angeboten wird als der normale Kaufpreis, und man kann das Ganze hoch vermieten, dann könnte das natürlich Sinn machen. Aber im Durchschnitt des Marktes ist diese Miete durch Enterprise Value bei Vonovia natürlich viel attraktiver, als das der Durchschnitt des Marktes für Privatvermieter und Käufer angeht. Wenn wir jetzt die Miete minus die Kosten rechnen, was wir ja oben getan haben, und das im Verhältnis zum Enterprise Value rechnen, dann kommen dann ganz andere Zahlen raus, nämlich Anfang sehr, sehr niedriger, 0,4 Prozent, 0,16 Prozent, sehr niedrige Zahlen. Dann im Jahre 2018, 2019 so 2,2 Prozent, schon einigermaßen ordentlich. Im Jahre 2021 dann so 1,8 Prozent, aber trotzdem noch nicht so wirklich durchschlagende Zahlen. Und im Moment war es ja so, dass die Kosten extrem hoch waren wegen der Übernahme, und deswegen habe ich das jetzt hier nicht verglichen, weil ich ja davon ausgehe, dass diese Kosten runterkommen. Wenn wir jetzt auf 400 Millionen pro Quartal an Miete minus Kosten rauskommen, dann wäre das 2,67 Prozent und so viel wie nie zuvor. Das wäre also relativ positiv. Trotzdem insgesamt wäre es natürlich wahrscheinlich sinnvoller, 2014, 15 Euro zu kaufen, als jetzt zu kaufen, weil damals die Miete auch im Vergleich zu den Einnahmen der Mieter viel geringer war, als es jetzt der Fall ist. Wie war das jetzt mit der 10-jährigen Bundesanleihe? Wiederum verschiedene Perioden verglichen. Anfangs gab es noch so 1,8 Prozent. Das ist dann in Wellenbewegungen gefallen, so um 0,6. Dann wieder ein bisschen hoch, so 2017, 18, so auf 0,8 Prozent. Und dann wären Corona praktisch in den negativen Bereich. Ich habe es jetzt mal 0 Prozent genannt, aber eigentlich war es sogar negativ. Und jetzt stehen wir bei 2,3 Prozent. Also so hoch wie nie zuvor in dieser ganzen Periode. Wenn wir jetzt die Miete, also die Miete jetzt nicht eben mit den Kosten verrechnet, sondern wirklich die Miete nehmen, im Vergleich zum Enterprise Value in diesen verschiedenen Jahren, und den Zins dagegen rechnen, dann haben wir ja so praktisch, ja, ich würde sagen, sagen wir mal, ja, minus den Zins, so eine zinssubtrahierte Nettomiete, könnte man sagen. Könnte man das einfach nennen. Und wir haben oben diese Mietrenditen zwischen 5,6 und 10,4 Prozent. Wir haben die Zinsen zwischen praktisch 0 und 2,3 Prozent. Und darunter ergeben sich dann verschiedene Werte. Und hier sehen wir im Moment den niedrigsten Wert mit 5 Prozent. Der zweitniedrigste, 5,6, war ja eigentlich sogar noch etwas höher, weil die Zinsen damals nicht 0 Prozent waren, sondern waren ja negativ. Vielleicht war es damals also so um 5,8 Prozent, wenn wir hier von Negativzinsen gesprochen hätten. Vorher gab es hier oft 8 oder 6 Prozent. Also sehen wir schon mal, wenn diese Zinsen so hoch sind, ist es nicht mehr so attraktiv wie in der Vergangenheit. Fazit. Ja, der Vonovia-Kurs ist sehr stark gefallen. Die Mieten haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Und man hat jetzt hier noch keinerlei Bremssignale gesehen, dass die Mieten sich nicht weiter erhöhen sollten. Auch 2022 haben sich die Mieten bisher weiter erhöht. Und die Kosten sind momentan stark erhöht gewesen, sollten aber nach vollzogener Übernahme wieder sinken. Und das sollten wir auch in den nächsten Quartalsberichten sehen. Ja, die hohen Zinsen sind ein Problem für Vonovia. Noch nicht so sehr bei den Unternehmenszahlen. Da war die Zinsbelastung noch sehr niedrig. Aber einfach als Alternative kann man sich ja überlegen, na ja, dann hole ich mir lieber eine zehnjährige Bundesanleihe, als in Vonovia zu investieren. Wer sich jetzt mit einer solchen Investition auseinandersetzt, muss sich praktisch mit Makroökonomie beschäftigen. Wie sind die Wanderungsbewegungen nach Deutschland? Wie wird sich hier die Wirtschaft entwickeln? Und wer davon ausgeht, dass die Bevölkerung ist in den letzten Jahren zumindest stark gewachsen in Deutschland, trotz der Überalterung der Gesellschaft, eben durch die netto positive Zuwanderung, die es nach Deutschland gab. Und dieses Jahr noch mal natürlich verstärkt, durch viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die vor der russischen Invasion geflohen sind. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, ist eben eine Frage. Wer jetzt davon ausgeht, dass die Bevölkerung in Deutschland stark zurückgeht, der sollte vielleicht lieber nicht in Vonovia investieren oder das zumindest als Frage sehen. Wer meint, dass die Bevölkerung gleich bleibt oder steigt, für den ist das eher interessant. Und die große Sache ist natürlich die Mietentwicklung, zumindest mal in den nächsten Jahren. Werden sich die Mieten auf dem hohen Niveau halten? Werden sie etwas fallen oder werden sie sogar weiter steigen? Bisher sind die Mieten relativ konstant, so um zwei bis drei Prozent gestiegen. Und bisher gibt es kein Anzeichen, dass es schon eine Trendumkehr gab. Aber die Nebenkosten sind natürlich im Jahr 2022 am durch die Decke gehen. Und ob sich dann viele Personen noch eine höhere Miete leisten können, bleibt fraglich. Ich glaube deswegen, die Mietentwicklung in den nächsten Jahren wird eben nicht mehr so drei Prozent betragen, sondern eher etwas niedriger liegen, falls die Energiepreise so hoch bleiben. Falls die Nebenkosten runterkommen und Energie vielleicht wieder deutlich günstiger wird, dann ist natürlich auch mehr Spielraum, was die Mietpreisentwicklung da ist. Aber trotzdem, vieles, was die Investitionen in Vonovia angeht, hängt eben davon ab, wie die eigene Sicht auf die Mietpreisentwicklung der nächsten Jahre aussieht. Und auf die Zinsentwicklung der nächsten Jahre. Wir haben so hohe Zinsen in den zehnjährigen Bundesanleihen wie praktisch nie zuvor in den letzten, ja fast zehn Jahren etwa. Wenn die Zinsen wieder auf den Durchschnitt der letzten zehn Jahre fallen, auf circa 0,8 Prozent, dann sieht Vonovia bei den jetzigen Kursen sehr, sehr, sehr günstig aus. Wenn die Zinsen vom jetzigen Niveau sogar noch weiter steigen, auf drei oder vier Prozent, dann sieht Vonovia zu den jetzigen Preisen sehr teuer aus. Also die Zinsentwicklung ist hier entscheidend, mitentscheidend, nicht unbedingt so sehr allein durch, ob es jetzt Vonovia selbst stark belastet wird von den Zinsen. Natürlich wird Vonovia, wenn die Zinsen auf vier Prozent steigen, auch stark belastet. Aber die entscheidendere Sache ist einfach, dass man dann lieber vielleicht in vier Prozent rentierende Zinsenpapiere geht, anstelle hier in eine doch mit höheren Risiken verbundene Aktie zu investieren. Für mich ist die Sache relativ klar. Ich bin in Vonovia investiert, ich bleibe in Vonovia investiert, denn ich werde damit auch ein gewisses Risiko abdecken, nämlich das Risiko, dass Immobilienpreise und Mietentwicklung in Deutschland sich beschleunigen und ich damit aus dem Markt rausgepreist werde. Ich habe jetzt kein persönliches Wohneigentum in Deutschland. Und von daher ist es für mich auch eine Risikoabwägung, dass ich sage, ich will auch in Zukunft immer mal wieder nach Deutschland kommen, immer mal wieder auch Zeit in Deutschland verbringen und habe hier das Risiko, dass Mieten und Hauspreise jetzt davon galoppieren und mich komplett aus dem Markt rausschmeißen minimiert durch diese Investition in Vonovia. Gleichzeitig glaube ich, dass das Zinsniveau schon sehr hoch ist mit 2,3% und er wieder etwas sinken wird, insbesondere falls die EZB sich da doch entschließt, vielleicht einzugreifen. Und ich bin der Meinung, dass die Mietentwicklung auf Sicht der nächsten fünf Jahre nicht negativ sein wird, wahrscheinlich nicht mehr so positiv wie in der Vergangenheit, aber vielleicht so um 0,5 bis 1% steigende Zinsen und momentan zumindest zahlt die Vonovia ca. 7% oder darüber Dividendenrendite. Auch das finde ich hochgradig attraktiv und das ist, glaube ich, vom jetzigen Kurs auch gedeckt. Von den jetzigen Mieteinnahmen wird diese Dividendenrendite gedeckt. Das heißt, ich habe praktisch durch diese Vonovia-Investition einen sehr ordentlichen Cashflow als Dividende und habe gleichzeitig mein persönliches Risiko aus dem deutschen Markt rausgepreist zu werden verringert. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu meint, ob ihr in Vonovia investiert seid oder mal wart und welche Gedanken ihr zur Aktie habt. Zusätzlich kann man sich natürlich viele Gedanken machen. Ich habe nur ein paar wenige Aspekte herausgestellt. Es gibt ja auch ein paar Punkte, die ich stark kritisiert habe in der Vergangenheit. Habe ich immer wieder kritisiert, dass Vonovia kein gutes Management hat, weil dieses Management immer zu stark in diesem Empire-Building-Modus war, um möglichst viele Wohneinheiten dazu zu kaufen, zu hohen Kosten und ein politisches Risiko damit auch übernommen hat. Und das fand ich sehr schlecht, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass die Aktienkursentwicklung so extrem negativ war, weil man eben so gehandelt hat. Ich kann das, das gleiche Management ist praktisch immer noch am Drücker bei Vonovia, aber ich hoffe zumindest, dass diese Fehler der letzten 5, 6 Jahre nicht mehr weiter begangen werden. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare und vielen Dank für die Unterstützung. Ciao.